Herzlich willkommen Leute, schön dass ihr dabei seid. Heute mal etwas aus der Aufstimme. Heute schauen wir uns mal im Citroën Projekt sozusagen die Innenseiten der Türen an und da sieht es echt heftig aus. Kleiner Hinweis vorweg, mein Tongerät hat an dem Tag ein bisschen gesponnen, deswegen werde ich das für euch ein bisschen nachvertunen und ein bisschen kompakter gestalten. Vielleicht auch mal eine Möglichkeit für euch ein Video zu drehen. Schreibt es mal gerne unten rein, ob das für euch auch mal okay ist. Denn ich habe an dem Tag mal den PlastiCleaner von Sonax getestet hier aus der Profi-Line für den Innenraum. Und ihr seht ja oben schon diese ganzen Flecken, das ist viel, viel Staub dabei, viel, viel Regenflecken, was da drin ist. Und da habe ich das Scrub-Pad mitgenommen. Einfach ein paar Tropfen oder hier zwei, drei Bahnen auf das Pad drauf machen. Wichtig ist, dass nichts nach unten läuft, das soll ja keine Sauerei werden. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal drüber. Und das ist ein unlackierter Kunststoff, geht sehr, sehr gut. Ihr habt die Reinigungsleistung vom Reiniger plus natürlich die mechanische Kraft hier vom Pad und das geht sehr, sehr schön. Und im Anschluss natürlich großflächig verarbeitet. Ich habe auch das Ganze mal 50-50 abgetrennt, damit wir da einen schönen Unterschied sehen. Und dann einfach mit einem sauberen Mikrofasertuch mal die überschüssigen Reinigerreste und Schmutzrückstände einfach aufgenommen. Das Produkt lüftet auch sehr schön gleichmäßig ab. Das finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, wenn ihr über die ganze Oberfläche rüber geht, seht ihr auch hier. Das geht sehr, sehr schön und ist super gleichmäßig gereinigt. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Im Anschluss natürlich auch nochmal die andere Seite. Komplett damit behandelt. Scrap Pad sah dementsprechend auch richtig schön dunkel aus. Das sehen wir auch gleich nochmal am Anschluss. Also hier alles komplett nochmal abgearbeitet. Das hier auf unlackierten Kunststoff. Wenn ihr auf Leder kommt, natürlich bitte da auch einen Lederreiniger nutzen. Und hier, das war wirklich eine echte, mühsame Arbeit, weil das war sehr, sehr viel Dreck. Und das Pad war auch sehr, sehr braun geworden und sehr viel Dreck am Start. Ja, und dann nimmt man sich einfach die Zeit und ihr seht auch nochmal die Rückstände im Pad. Sehr, sehr viel Schmutz mit drin. Aber das ging im Anschluss sehr, sehr cool, wenn ihr dann einfach mit dem Tuch die Rückstände runternehmt. Ja, das Pad hat sich dann langsam schon mit Schmutz vollgesaugt. Deswegen nehmen wir gerne mal die Rückseite. Auch hier habe ich wieder eine 50-50 Abtrennung gemacht, damit man einfach mal gut den Reinigungsunterschied sehen kann. Und auch hier geht man einfach vorsichtig drüber. Man nutzt das einfach wie so eine Art Bürste, aber ist natürlich deutlich schonender. Und ihr arbeitet euch einfach von Fläche zu Fläche. Kreisende Bewegungen, auch Links-Rechts-Bewegungen, je nachdem, wie die Flächen von der Form her aufgebaut sind. Wichtig ist, dass ihr nicht auf irgendwelchen Leder stark reibt, ganz klar. Aber hier in dem Bereich war das alles so Kunststoff, auch Soft-Touch in dem Bereich. Und man sieht ganz, ganz stark, wie viel Schmutz hier drauf ist. Man sieht es auch rechts an dem Bereich, wo die Ablagen sind, die kleinen Fächer rechts. Aber das werden wir uns auch gleich im Anschluss mit anschauen. Dann mit dem Tuch einfach die Rückstände runternehmen. Da kann man auch die kleinen Schuhstreben so ein bisschen beseitigen, wenn sie noch nicht im Material komplett reingekratzt sind. Hier, das lüftet so geil ab, das hätte ich nie gedacht. Also sehr, sehr cool. Habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, den Plastik-Cleaner. Also definitiv mal anschauen. Wenn wir mal das Klebeband abziehen, sehen wir ganz, ganz deutlich einen Unterschied zwischen schmutziger und sauberer Seite. Also das ist ganz, ganz gewaltig vom Unterschied. Ihr seht auch hier, dieser Mittelbereich lüftet wunderbar ab. Sehr, sehr cool. Und jetzt sehen wir mal deutlich den Unterschied. Also sehr, sehr frisch wieder auf der Seite. Schön gleichmäßig. Ihr könnt im Anschluss auch eine Kunststoffpflege drauf machen. Ich habe es erstmal original gelassen. Und da sieht man auch mal, wie viel Schmutz und Staub da dran klebt. Also sehr, sehr schöner Unterschied. Und dasselbe schauen wir uns jetzt auch nochmal auf dem Bereich an, auf der rechten Seite. Da, wo die Schuhkratzer natürlich mit dabei sind. Auch hier bin ich nochmal drüber gegangen. Selbes Prozedere mit dem Scrap Pad. Schäumt auch leicht auf. Und dann mit dem Tuch nochmal drüber gegangen. Und da haben wir deutlich eine schönere Oberfläche jetzt. Auch wenn die ganz tiefen Beschädigungen natürlich im Kunststoff drin bleiben. Ganz klar. Auf der anderen Seite war es teilweise sogar noch heftiger. Also auch hier eine richtig, richtig starke Verschmutzung. Das gleiche auch hier. Mit dem Scrap Pad. Bisschen Reiniger drauf. Und dann schön über diese Oberfläche drüber gehen. Und da hat man echt gesehen, also da war sehr, sehr viel an Beschädigungen auch auf der Oberfläche von den Einstiegen, vom Einsteigen hier mit den Schuhen. Also da Leute immer ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht da permanent gegen diese Kunststoffteile reibt. Im Anschluss sah man im Pad auch wieder richtig, richtig viel Dreck drin. Und ihr könnt die Sache auch gerne nochmal wiederholen, wenn es beim ersten Mal nicht alles 100% sauber geworden ist. Mit dem Tuch abwischen. Da sieht man hier wunderbar den Unterschied, wie stark das so eine Reinigung sein kann. Und bei so einem Zustand, bei 5 Jahre lang ohne Pflege, da kann man auch mit dem Scrap Pad mal wunderbar drüber gehen. Das macht das echt sehr, sehr cool. So, hier nochmal ein richtig schöner Bereich. Ich bin der Meinung, das ist Spucke bzw. Sabber von einem Hund. Und deswegen, auch hier, gehen wir nochmal mit dem Scrap Pad drüber. Reiben das komplett sauber. Lösen den Schmutz an. Das ist vor allen Dingen bei so einem Kunststoff, der so wirklich sehr, sehr stark strukturiert ist, ideal mit dem Scrap Pad. Also das geht da sehr, sehr zuverlässig. So, und jetzt nehmen wir den Rest hier mit dem Tuch mal runter. Und da sind die ganzen Flecken, alle zuverlässig weg. So, auch hier vorher Bild mal eingeblendet. Jetzt an der Stelle deutlicher Unterschied und jetzt nachher. Also das sieht sehr, sehr schön aus. Top. Ich bin auch hier über diese Oberfläche mit drüber gegangen. Dieser synthetische Stoff, das ging einwandfrei, ohne Probleme mit dem Scrap Pad. Insgesamt die Türtafel, damit jetzt im Kunststoffbereich wieder absolut top. Wir können das genauso auch hier für die Einstiege benutzen. Schauen wir uns in einem extra Video an. Oder auch für die Kunststoffstoßstangen. Hier in dem Bereich geht das auch. Auch wenn Interior draufsteht, trotzdem geht das auch in diesem Bereich sehr zuverlässig. Damit können wir uns in den nächsten Videos die nächsten Schmutzstellen anschauen. Das hier, das hier unten, hier unten die Türkanten lang. Aber die Türinnentafel ist jetzt wieder wunderbar. Original, frischer Look. Wenn ihr Fragen habt zum Plastik Cleaner, gerne unten in die Kommentare rein. Sehr, sehr ergiebig. Den Scrap Pad dazu oder vielleicht einen kleinen Mikrofaser-Applikator, um das zu verreiben. Tuch und fertig. Ultraschnell. Sehr, sehr einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.